Hallöchen meine Wolf-Lines! Willkommen zu Dead by Daylight. Da spiele ich als Killer, also Wesker mit den folgenden Perks. Tödlicher Verfolger. Keine Versteckmöglichkeit. Ruf der See und... Und Dingens. Ausbruch. Und ich habe eigentlich, egal, Add-on dabei, dass ich Dings zerstören kann, Paletten zerstören kann. Mit meinem Add-on. So, liebe Kate. Ja, da ist ja noch eine Palette, natürlich. Getroffen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hab ich dich. Genau, eigentlich habe ich die Aufgabe, dass ich mit... ...keine Versteckmöglichkeit... ...insgesamt sechs Chins treten muss. Okay, sie wickelt gar nicht. Warum, weiß ich nicht. Der Chen ist noch nicht angefasst hier. Da kann ich gegen treten. Mal gucken. Ja, hier ist jemand. Ich renne direkt zum Haken zurück. Hallo. Okay. Okay. Okay, schade. Okay, was macht sie da? Okay, okay, okay. Das ist eine sehr unsichere Palette, meine Lieber. So. Hier wird uns Ausbruch getriggert. Wo bist du? Da. So, komm mit. Ja, was wollte der Dings jetzt von mir? Keine Ahnung. Ja, ich habe dich gesehen. Ich kann dir gerne nachkommen. Kein Thema. Nee. Ich drehe erst dagegen. So. Ich ignoriere den jetzt mal mit der Taschenlamme, weil der will mich einfach nur... Ich will gerne. Hab ich dich? So. Ruf der See und Ausbruch. Sehr gut. Kommst du jetzt hier an den Generator? Äh. An den Haken auf den Generator. Meine Güte. Ich gehe mal kurz runter, weil ich nicht weiß, ob der angefasst worden ist. Nee, der geht noch zurück. Sehr schön. Guck ich mal. Da ist die Cage. Und wenn sie mir in den Weg rennen, dann schnapp ich sie mir natürlich. Okay, schade. Hat sie gut gemacht. Hat sie gut gemacht. Okay, da bin ich jetzt an der Palette hängen geblieben. Schade. Ich renne dir gerne nach. Kein Problem. Kein Thema. Das war ein Fehler, meine liebe Kate. Komm mit. Du kannst mich nicht von der Seite blenden. Das geht nicht. Das geht nicht. So. Gegen den Chen kann ich leider nicht treten. Na ja, es ist okay. Ich gehe jetzt erstmal da runter. Okay, da ist jemand. So, schade. Da hinten. Guten Tag. Oh, halt am nebenben. Sehr gut gezündet. Sehr gut gezündet. Okay. Okay. So, du bist verlangsamt, weil du voll infiziert bist. Ausbruch, sehr schön. Damit habe ich die Aufgabe auch fertig. Du kommst jetzt da hin. So. So. Ich habe gerade was gehört. Da. Hallo, Kate. Okay. Kein Thema. Kriege ich hin. Ich habe gesagt, den Jonah, den ignoriere ich jetzt erstmal mit Absicht. Weil der will ja, dass ich den jage. Okay. Auch hart am nebenben. Sehr schön. Sehr schön gezündet. Okay. Schade, aber dann ist die Palette auch weg. Auch gut. Okay, okay. Sie ist jetzt... Nee, das ist jetzt keiner. So. Habe ich dich. An den Chen kann ich auch nochmal treten. So. Mal schauen, ob so jemand ist. Ja. Stich, Heddy. Hä, wo ist die hin? Oh. Oh. Da war ich jetzt selber verwirrt. Okay, 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 okay. Heddy, 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 bleib da. Da habe ich mich jetzt selber verwirrt. Wo rennst du denn hin? Okay, da war jemand tatsächlich an dem Chen dran. Der ist jetzt von Ausbruch betroffen. Man schlecht denkt der Toner ja jetzt auch. Weil er die Besessenheit ist, dass ich irgendwas mit Besessenheit dabei habe. Der wird nicht bearbeitet. Ja, ja, ich weiß. Ich kann nicht gerne jagen. Kein Thema. Okay, da ist... Wurde gerettet. Gehe ich jetzt halt wieder zurück. Kein Problem. Ähm. Ja, dich will ich haben. Okay. Hab ich dich? Wo läufst du hin, meine Liebe? Du hast da noch eine Palette? Interessant. Hä? Wo ist die hin? Ist weitergerannt. Oh Gott. Okay. Okay, 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 okay. Sie rennt da lang. Vielleicht kann ich ein bisschen abkürzen. Ich versuch's zumindest. Okay, das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Okay. Okay, okay. Aber so schnell kommt er nicht zu mir. Der Haken ist weg. Dann kommst du jetzt da drüben hin. So. Hoppala. Nochmal Ausbruch. Auch im Buch der See. Okay, dann merke ich dich jetzt mal. Kein Problem. Okay, schade. Egal. Wir haben ja noch zwei Chains. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Kein Thema. Ich renne hier nach. Tja, du hast jetzt wohl gedacht, dass ich jetzt Palettenrespekt habe, ne? Aber jetzt musst du umwerfen. Okay, schade. Da hat er mich jetzt ausgespielt. Okay. Okay, macht er gut, muss ich zugeben. Okay. So, dann den Chono hinterher. Ich warte noch kurz. Okay. Dann kommst du jetzt dran. Ich weiß gar nicht, sie darf, glaube ich, nochmal hängen. Sie springt bestimmt wieder rein. Tut sie mich. Okay. Dann kommst du in den Keller. Auch gut. Mein Chono muss dich jetzt retten kommen, theoretisch. Oder auch nicht. Stimmt, er hing ja noch gar nicht. Na gut. Mal gucken. Wenn er die Luke kriegt, dann GG. Okay, da hat sie selber geeilt. Keine Luke hier. Ich meine, wie gesagt, wenn er sie findet, dann hat er Glück gehabt. Oh, da ist sie. Die Ausgänge klingt tatsächlich gut für mich. Denke ich. Ja doch, die klingen echt sehr gut für mich. Da ist niemand. Da ist keiner. Da ist keiner. Da sind Rennspuren. Ich zähl dich, guter Mann. Okay, schade. Das war nix. Aber dann jage ich dich jetzt einfach. Weil die Tore sind für mich echt gut. Die liegen für mich echt gut. Kein Problem. Kein Problem. Der hat auf jeden Fall Dingens. Schade, macht er gut. Was er macht, ist echt gut. Ich renne mir jetzt einfach ein bisschen nach. Okay. Aber so komme ich ihm auch hinterher. War da noch die Palette? Hab ich dich. Wie gesagt, er macht es echt gut. Wie gesagt, er macht es echt gut. Gut gemacht. Muss ich ihm nachdenken, er hat echt gut gespielt. Richtig gut gespielt. Gleich mal schreiben. CC. Replayed. Ja, das waren meine Überlebenden. Ähm. Ja, ich hoffe, der Runde hat euch auch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschaui. Tschaui. Pix Gelty. Götei. Tschaui. Tschaui.